dann lass mal gucken warte ich komme jetzt auch dahin tankstelle besuchen so was passiert was war das los ja das ist problematisch auch was ist das was hast du da wieder gekauft guck mal als kennzeichen offenbar 666 wo die dd er 6 6 6 ist gut ich finde es gut offenbar alles schwierig ich habe probleme nachdem man die palette auf er wird ich hab's im griff da passt er ja keine zwei druck ach da kannst du drum machen ja ja kannst du schon mal gurten wie geht das denn einsteigen steht ja schon enden oder sowas gut fest machen oder okay sind dran ach sag mal was ist für klumpen du schaffst das irgendwie das auto ist gleich schon kaputt das geht doch nicht das rutscht doch runter das obere aber nicht warum wie warum gut noch mal los und gut wieder an was ist das für eine lade ich fahre das nicht das wird so gefährlich das ist alles klar dann nimm du den traktor und den hänger mit so gut wie gut das geht kein Problem erlaubt sich das auch nicht guck wie es hält du bist so doof wie kann ich noch mal raus oh was machst du so warte so angucken achso okay ja fahr vor rechts rum kürzer ok ausweichen ok der trecker hat es aber gut an ja da ja fahr davor ja warte wohltan wie geht es dir jackson ripper grüß ich alles gut mit dem test auf die ladung hält ja ja der könnte ja kaum man wäre es hier hoch was das ja er muss erst mal bis zu anlauf nehmen oh jetzt stoppstraße warte stoppstraße stoppstraße stopp los hat ich ja ja wohl getan sonny wie geht es dir kommt wieder was gegen den uuuh ah was ist er will bei der brücke runtergefallen ja auch da fahr mal neben bitte drück mal r nein 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 passiert irgendwas unheilvolles ja kannst du auch mal fahren ja moment ich hab ladung fahr mal neben bitte drück mal r warum r das nicht ich bin viel schneller als du mixtur wie geht es dir boah der hat aber power 100 kmh und ich sehe 111 ich bin vor 120 was machst du da Ja, der schlittert ein bisschen. Ach, das ist die Brücke hier, ne? Was für eine Brücke? Oder nicht? Ich bin über eine Brücke gefahren. Oh, okay. Was passiert denn? Komm mal her, bleib mal stehen. Ich will mal R drücken, was da passiert. Bleib doch mal... Ja! Füllung abbrechen? Da passiert doch gar nichts. Hä? Ach so, warte. Kannst dich voll machen schon. Wie voll machen? Guck, jetzt ist schon eine Sache weg. Ja? Ja. Okay. Kannst dich auch noch reinmachen? Warte. Da hat's ja noch Platz. Ja, jetzt wird's weniger. Jetzt voll, ne? Jetzt ist voll. Okay. Auch nicht nochmal, oder? Doch, das ging vorher auch schon. Blockcheck, ne? Spargelspitzgerät? Was ist denn das? Was ist denn Spargelspitzgerät? Da machst du Spargelspitz mit. Was machst du da? Spargelspitzgerät. Ach so, da fliegt irgendwas da oben, keine Ahnung. Bist du übers Feld gefahren? Ja, aber ist ja ausschaltet. Ach so, wir grubbern das ja sowieso, ne? Ja, ja. Und das ist ja auch ausgeschaltet. Stimmt. So, haben wir dann alles hier? Oder steht... Ne, da hinten steht noch der Gabelstapler, ne? Aber den können wir auch stehen lassen, ne? Den können wir stehen lassen. Das kann man ja hier so abwerfen. Und auch für... Oh! Oh, das war aber knapp, ne? Ja, das war knapp. Okay. So. Ja, aber du hast dann auch so eine Palette auf dem Auto. Ja, ja, die kann ja da bleiben. Wenn es denn leer ist oder du Platz hast, der fährt einfach da daneben und füllt es mir auf. Okay. So, pass mal auf. Jetzt kann man das hier grubbern und sehen, ne? Wie wähle ich die Saat aus? Wie war das nochmal? Das steht dabei. Warte, ich fahre jetzt mal hier so dran. So, pass mal auf. Tastatur. Seemaschine senken. Seemaschine aufklappen. X. Okay. Seemaschine senken ist V. Okay. Saat wählen. Z. Weizen. Gerste. Was soll man nehmen? Ich weiß es nicht. Ich würde erst mal mit Weizen anfangen, oder? Weizen? Okay. Wie ist denn der Kurs? Ja, geradeaus jetzt. Gerste. Säemaschine anschalten. B. Was? Diese Fruchtart kann nicht im August gepflanzt werden? Was? Wie? Hä? Warte, das steht doch irgendwo, oder? Guck mal, wir können jetzt zum Beispiel, August haben wir jetzt, wir könnten Raps machen. Raps? Raps und irgendeine komische Sorghumshilse. Und dann kommen wir Pappelgras. Das stimmt, Bolle. So, pass auf. Aber Gerste würde ja eigentlich auch gehen, oder nicht? Gerste, habe ich. Da steht zwar September, aber es geht bestimmt auch. Was haben wir denn, August? Aber guck mal, der macht hier gar nicht kaputt. Oder anschalten, B. Kann nicht im August gepflanzt werden. Ja, dann können wir nur hier Raps machen, oder sowas. Ausschalten. Z. Aber Raps ist das, geht Raps mit dem Drescher? Das weiß ich nicht. Ich glaube schon, oder? Ich weiß das nicht. Weiß einer aus dem Chat das, ob Raps, ob man das mit dem Drescher erken kann? Oder stellst du die Jahreszeiten aus, dann kannst du alles machen. Aber das finde ich, finde ich, finde ich, finde ich schön. Aber es gibt ja auch Winter und sowas alles, ne? Kommt der dann trotzdem? Gerrit stellt Jahreszeiten aus. Aber der Winter kommt dann trotzdem, so Schnee und so, ne? Ja, kommt trotzdem, oder? Ja, dann können wir das auch ausstellen. Ja, wo macht man das? Ja, da wurde es eben wahrscheinlich auch mit dem Kaputt schon ausgestellt. Okay. Hab's ausgestellt. So, sollen wir jetzt doch Weizen nehmen, ne? Ja. Okay, pass mal auf. B? Ja, jetzt geht's los. Funktioniert das? Guck mal hinter mich. Ja, ja, funktioniert. Ist denn da auch jetzt Weizen drauf? Warte, müssen wir kontrollieren, warte. Weizen. Hier Weizen im Wachstum. Das sieht man gar nicht aus, wie Weizen, ne? Das ist ja auch in der Erde drin. Ach so, okay. Krigo, Krigo, wie geht's dir? Du hast visuelle Saison auf Aus. Visuelle Saison auf Aus? Ah, hier. Ah, guck jetzt nämlich auch schon hier. Blätter, guck mal. Warte, was haben wir? August, ne? August Sommer. So. Okay. Okay. Uwe! Kommt Repsler dabei raus. Wie geht's dir? Uwe. Nee, was ist das jetzt wieder? Guck mal. Jetzt musst du es wieder anschalten. Immer wenn du da rausgehst, dann schaltet er das auch was. Musst du den Dings wieder anmachen. Fahr mal schon zurück. So, geht das jetzt wieder? Ja, aber jetzt hast du ja so ein Ding frei. Ja, fahr ich gleich nochmal drüber. Willst du direkt ernten? Ich ernte das, muss ja erst mal wachsen. Ach so. Macht gleich Dünger mit in die Maschine. Ach stimmt, Dünger braucht man auch noch, ne? Ja. Was ist? Ja. Ich geh hier schon. Gehst du Dünger holen? Oh. Hast ja gar keinen Dünger in dem Ding. Ja, dann warten wir noch. Also du gehst ihn holen, ja? Ja, ich muss erst mal hier die Saat loswerden. Warte kurz. Ach so, von dem, äh... Oh nein, jetzt ist die reingefallen. Oh. Was hast du gemacht? Nee, jetzt ist die reingefallen. Ich muss hier loswerden. Warte mal. F.T. Kalle, grüß dich. Wie geht's dir? Auto aufklappen, so. Nächstes Jahr ist Gamescom, glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Glaube ich nicht dran, ne. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Ne, das ist ja alles noch viel schlimmer geworden. Ne. Den Dünger kann Vitti holen mit dem Auto. Der Stapler steht ja noch da, ne? Ja, aber ich muss erst mal die Saat hier loswerden. Okay, dann warte ich so lange hier. Und dann muss ich doch mit dem... Oh, jetzt liegt sie. Muss ich dann mit diesem Teil neben den Dünger fahren und... Genau. Dann macht er es wieder rein, automatisch, oder was? Dann, wenn man was drückt, ne? Ja, genau. Wie geht's euch, Gerd? Ja, einigermaßen. Besser als gestern. Danke, Lucy. Gentlemen, wie geht's dir? Witti, Gerrit, lade Saat, Gerrit ein. Was? Du... Nee, der hat keinen Platz mehr. Also brauche ich jetzt, äh, für die Arbeit halt. Was? So. Das Ding ist jetzt wieder an, ne? Ja. Ja, es kann sein, dass das von den Kartoffeln noch gedüngt ist, oder? Das müsste dann auch zählen, glaube ich, ne? Ich meine ja... Der ist für Flüssigdünger, ne? Was? Das hier redet, das Flüssig... Das weiß ich nicht. Flüssigdünger, ja. Und kein Mineraldünger oder sowas. Ach, du lieber Kreis, du, guck mal, was der für ein Wender hat und keine Kreis hat. Das ist ja heute wie ein Panzer. Ach, du Scheiße. Da komm ich ja gar nicht rum auf einmal. Mineraldünger. So. Mineraldünger. Und wie lang dauert das jetzt hier in dem Game, bis das, bis das, ähm, die Frucht reif zur Ernte ist? Ach, die Kräme. Na, für die Spritzeräte, okay. 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 Ich hasse den Gabelstabler jetzt schon. Warum der Gabelstabler ist doch gut. Der ist voll scheiße. Warum ist der scheiße? Weil der scheiße fährt. Ach so. Community... Ja, machen wir ja. Der, ähm, der ist ja schon da, aber wir sind durch, mit Glück draufgekommen auf den Server. Mit Glück. Ich hatte auch, äh, erst einmal diesen, diesen Fehler. Keine Verbindung zum Server sowieso. Aber dann beim zweiten Mal bin ich draufgekommen. Bis jetzt bin ich drauf. Oder wir sind drauf. Ähm, ja, der Server steht und, äh, ist ein ganz normaler Sub-Server, wie immer. Und, äh, ja. PeakyArts grüßt sich. Aber die anderen kommen zum Beispiel gar nicht drauf. Ich weiß nicht, warum. Huch. So. Kalle! Vögelchen. Kalle, Dankeschön für zwölf Monate. Vielen, vielen Dank für den Grease-Up. Dankeschön für das Jahr. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Der Kalle. Hä? Ach so. War doch FIFA-Kalle, ne? Ich glaub ja, ne? FC Kalle, ja. Das ist FIFA-Kalle, ja. Das ist der sogenannte Streamer-Bonus. Wat? Bezweifle ich, dass die das da unterscheiden können. Das glaub ich schon nicht. FIFA-Kalle, ne? So. War bei meinem Server auch so. Ein- bis zweimal probieren, dann geht's. Ich hab einen Sponsor-16-Slot-Server. Ja. Ach so, müssen wir auch noch auf 16 Slots erhöhen, Bob, ne? Fällt mir gerade ein. Auf 16 Slots, ne? Wenn Bob noch da ist. Hab auch seit 8 Monaten keine Pro-Clubs mehr gespielt, hab's mittlerweile aufgegeben. Echt? Ja, wir hatten mit FIFA nochmal angefangen jetzt, wo das neue FIFA rauskam, aber haben's dann irgendwie auch wieder sein lassen, ne? Böppchen, bist du noch da? Böppchen, bist du noch da? Erstmal gucken, ob alles läuft, okay. Und dann kannst du das auf 16 hochsetzen, ne? Und, hat's geklappt mit Jünger? Ja. Mehr schlechter als rechts, aber was geht? Wieso mehr rechts als... Warum? Du hättest aufladen, weil wieder... Höh, was ist? Andere Zwischenfälle? Ja, das ist doof, ne? Och, Ecki Stein ist wieder da. Servus, Ecki Stein. Nein, wie geht's dir? Dankeschön für den achten Monat. Vielen, vielen Dank für den Re-Sub. Dankeschön, Ecki Stein. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Wie geht's dir? Deswegen auch keine Zeit mehr für FIFA. Ja. Wie das bei Nitrado geht. Ja. Ich kann den aber auch mal anschreiben, dass er den auf, auf, auf... Ja, muss mal gucken. Ich glaub, das kannst du aber bei Nitrado selber da, ne? Einstellen, hab ich gesehen. Hättest du vielleicht bei Sekunden, ne? Wieso war das denn? Hättest du mal kurz Zeit um den Traktor? Ja, wieso? Wieso? Wolltest du mich mal Besuch bekommen? Wo bist du denn? Auf der Brücke. Ach, Dick. Was machst du denn da? Ja. Ja, du hängst fest, ne? Nee. Ja, ich versuch gerade reinzukommen. Klappt aber nicht. Die haben ein Problem mit den Servern. Die haben ein Problem mit den Servern, hab ich mir sagen lassen. Ja, die Nitrado-Seite ist schon seit heute Mittag, seitdem ich da den Server geordert habe, ist die so überlastet. So, I come. Irgendwo liegt ein rosa Pick-up rum, wat? Was war doch hier, ne? Hier hoch, ne? Oder? Bist verkehrt. Doch. Hast du die Steam-Version? Nein. Nein, 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 nein. Nein, hab ich nicht. Nee, ich hab das Spiel von den, äh, von Giant geschenkt bekommen. Und, äh, ist nicht die Steam-Version, nee. Ist die über den eigenen Launcher, oder wat? Genau. Ja, die haben den eigenen Launcher, Giant. Du Fuchs. Wat? Okay, wat machst? Warum lügst du mich an? Wat? Wat ist? Achso, du lügst, ne? Nee, hab ich gar nicht. Doch. Was hast du denn gesagt? Hahaha, was? Was hast du denn gemacht? Könntest du mal von der anderen Seite schubsen? Ach, warum? Ja, mach doch einfach. Ja, warum macht man sowas? Ja, warte, schnell in der Kurve. Nein, nicht die scheiß Ente. Das ist nicht vordrängelt. So, kannst du mal sch- Ja. Ja, ja, klar. Ich bin ja morgen eh nicht da. Und, äh, ja. Hunting Hornet, wie geht's dir? So, Schubs. Schubs. Ja, da kannst du nix schubsen. Jetzt schubs doch mal richtig. Schubs mal richtig. Ich häng gleich selber fest. Ich war einfach so. Das geht nicht. Doch, das geht. Das hab ich mit Hotze tausendmal gemacht. Warte kurz. Wenn sich die anderen Verkehrsteilnehmern nicht einmischen würden. Nee, das funktioniert nicht. Nee, muss von der anderen Seite kommen. Wie war das so gerade gesagt? Von hinten. Was? Dann muss man da schubsen. Ja, warte. Warte. Ja, ja, da, da. Nee, kittlich. Mit dem Stapler, ne? Ach, dicke. Ja, was ist? Ja, warum kannst du nicht mal ordentlich fahren? Ich bin ordentlich gefahren. Ich wurde geschubst von dem Auto hinter dir. Warte. 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 Ich hab ein bisschen Gabelstapler. Schieb sie einfach bis zum Hof. Ja, am Arsch. So. Kani. Kani, wie geht's dir? Ach, die Ruppe ist ja süß. Wo war noch mal Ruppe? Äh, null. Kani. Huh. So, ich komm. Pumuckl, alles fit? Pumuckl ist da. So, auf Maus und Tastatur wechseln. So. Ach, du Heilandim. Das ist aber mit Maus und Tastatur? Uff. Mach ich immer mit dem Gabelstapler. What? Nee. Ja. Nee, das geht nicht. Ja. Ach, es ist ja nett von dir. Ich fahr da mal wieder, ne? Na, fahr da mal wieder. Huh. Was? Justless, wie geht's hier? Justless, ist doch. Justless. 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 Ich wurde einfach geschubst. Hm. Da, 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 da. Die fahren aber auch, wie sie wollen hier. Ja, sag ich doch. Gerade diese Entenfahrer. Das stimmt wirklich. Die sind uns gemein. Da müsste man Fachmann ran. Was? Fabinator. Mausentastatur. What? Nee, Mausentastatur kann ich nicht. Das ist, pfff, nee. So, und jetzt konnte man doch zwischen den Fahrzeugen hin und her switchen, ne? Wie ging das denn? Mit Tab, glaube ich, ne? Ah ja, okay. Krieg du das, glaube ich, auch. Da sind wir verloren. So. Dana, Dana, wie geht's dir? Alles gut. So, euerchen Gerrit. Ja, Nachtmischer. Nachtmischer. Hallo, Dana. Geht Verkehr ausmachen? Nee. Verkehr? Nee. Das beliebt das alles so ein bisschen. Das Verkehr muss anbleiben. Guck mal, der zieht einfach raus. Wer zieht raus? Hier, der... Ja, ja, die fahren wie die Irren. Otto. Pfeil links oder rechts drückst. Echt? Okay, Morphe, dankeschön. So. Ich stehe schon, warte. Wo? Ja, fürs Dünger auffüllen. Ach so, ja. Jo? Okay, wie mache ich das jetzt nochmal? Wie mache ich das jetzt nochmal? Saat wählen, entladen, Abdeckung öffnen oder so? Ja, vielleicht Abdeckung öffnen und dann? Sähmaschine auffüllen. Huch. Da bin ich wieder Tastatur. Äh... Die Farbe schrecklich, ja, ne? Das ist wirklich sehr da. Sähmaschine auffüllen, da oben. R. Okay. Okay. Der zieht sich jetzt in den Dünger. Okay, haben wir alles. Wunder prächtig. Sähmaschine zuklappen, X. Nee. Sähmaschine anschalten. Aber wie kann ich denn vor... Das Ding da wieder zumachen, X oder was? Nee, scheiße. Ähm... Abdeckung schließen, enden. So. Okay. Jetzt müsste es wieder funktionieren, ne? Nee. Was habe ich wieder gemacht? Ja, was ich so getan habe, Gregor, das kann ich auch noch nicht so wirklich beurteilen. Das ist... Müssen wir abwarten. Ich bin mal auf die, äh... Ja, auch Zeiten gespannt. Sähmaschine, Zug, Sähmaschine heben? Nee. Abschalten. Aber ich habe die doch gestartet. Anschalten. Senken oder sowas, ne? Senken, ja. Heben, V. Senken. Jetzt. Jetzt. Jetzt los. Genau. Jetzt, ja, genau. Aber diese Vögel, die geht weg. LS22 hat einiges drin, was der Ad 19 als Mod nur noch viel besser hat. Okay. No. Also, wie gesagt, wir haben davon keine Ahnung, wir sind, äh, Jungbauern, Anfängerbauern, ja, irgendwie sowas. Ja. 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 Ja.